Hallo Katja. Hallo Tobi. Heute eröffnen wir das Türchen Nr. 7. Und hinter dem Türchen Nr. 7 versteckt sich unsere gemeinsame Suche nach den nächsten Zielen. Hierfür gibt es bei uns online oder bei uns im Shop hier erhältlich ganz tolle Bücher, damit ihr definitiv das nächste Mal das richtige Ziel findet. Spannende Reiselektüre, ob allein zu zweit oder mit der Familie in ganz Europa und wenn nicht sogar der ganzen Welt hier bei Mika Caravan in Dinkelsby. Ganz genau. Morgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich und du dich sicher auch. Bestimmt. Das sieht man. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.